Bleiben wir mal bei dieser Waffe. Da gibt es auch einen sekundären Feuermoden. Ich weiß nicht was er kann. Nein. Sollte man den Granaten nachladen? Uh, da ist noch was. Kleines Medikit. Gibt alles Credits, alles zum Verkaufen. Hm, STRG V. Oh nein, da finden wir die komischen Dinger. Die würde elendig Damage machen. Ach, war kein Glanzfahrer. Ah, mein Kabel hängt auch ein bisschen. Junge, du verlierst jetzt den Kopf, tut mir leid. Sicher, ich musste sicher werden. Das da auch nichts rauskommt, deswegen. Wo er jetzt... Was ist? Hm, da war einer. Da war einer von denen. Hm. Wo ist der hin? Alter. Bin ich nicht schwach. Der ist weg. Ohne Faxen. Wo ist der hin? In die Wand? Hm, da hin? Nein. Und da ist er auch nicht. Hm, komische Sache. Ja, fahren wir halt noch eine Ebene runter. Vielleicht finde ich ihn da. Und dann kann ich ihn kalt machen. Hm, das sieht nach einer Arena aus. Klasse. Jetzt brauche ich wieder das scheiß Star-Semolium. Ich habe wieder keine Ahnung, wie ich das benutze. Hm. Aber ich kann es wenigstens aufladen. Ich könnte mein Medi-Kit reinfangen. Star-Semolium. Ich fahre einfach noch Medi-Kit rein. Wo ist das eigentlich alles in den Nahen? Hm. Benutzen. So. Jetzt durfte ich wieder voll sein. Jupp. Jetzt kann es weitergehen. Was ist da drüben? Da müssen wir auch nochmal reingucken. Oh, der ist gesperrt. Okay. Lohnt sich bestimmt, wenn wir da reinkommen. Sonst würde es keine Energieknoten kosten. Ach, sag ich doch. Lohnt sich echt. Einfach mal alles für Viper-Kling. Ach so, ja. Es gibt ja eine Stunde. Es gibt eine neue Waffe. Jetzt kann ich auch die Kling dazu herstellen. Ihhh. Wie? Hier ab. Hehehehe. Ähm. Hehehehe. Ähm. 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 So ein Idiot red. Einfach halt mal in die Tür rein. Äh. Und. Ja. Und. Ja. Und drauf geht. Ist nicht Pech. Ich bin richtig. Oh. Erstmal fett die kleinen Blümdinge der Wegmanns. Was sind das für schleimigen Dinger? Ja. Hat ein Medikit fallen lassen. Auch Gott. Medikit ist immer gut zu gebrauchen. Da ist auch nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Da kann man wieder speichern. Schön. Ich habe aber letztes Mal gesagt, ich will nachgucken. Wir haben Speicherart. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Aber. Ähm. Macht ja nichts. Ich habe es jetzt überspeichert. Bin ja jetzt aber deutlich weiter wieder verschlossen. Ah. Vermute ich, dass ich mal da rein muss. Wenn es die einzige Tür ist, wo es offen ist. Und so schwer gepanzerten Türen. Oh ja. Oh ja. Gib mir. Packen wir mal so Flammenwerfer. Oh. 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 Helium. Hehehe. Schaschläck. Lambierte Scheiße. Nein. Erstmal die Fresse polieren. Ne. Nein. Pfff. Was mach ich da? Oh. Sterben. Und das und meine Premiere, dass ich mal hier gestorben bin. Aber die Waffen wechseln. Ist total Scheiße. das erwartet mich total scheiße sind der flammenwerfer wird verkauft weil er totaler bullshit ist taugt ja gar nichts aber ich wollte schön zerrupft bleiben wir mal bei der waffe da gibt es auch ein sekundärer feuer muss ich was er kann da kommt der nächste mit einem armen weg 1 und nachladen vor allem mal mit 1 wir sind sie schon alle tun da ist noch ein hässlicher kratzer wo alter was war das jetzt der kotzt mich hier an und jetzt liegt er noch auf mir ist egal hat die mir weg mit ihr stinkst einfach mal die wort sind das für ein väter knuppel 3 3 noch kurz nachladen ganz viel von dem hässlichen drin nachladen sieht ganz schlecht aus nicht treten so jetzt erstmal hier stehen plampieren da sind immer noch welche diese dinge ist auch noch da der ist auch leer oh fuck mach sie weg mach sie weg mach sie weg oh god hab ich echt keine muni mehr wenn nichts nein das ist jetzt bitter jetzt etwas kommt habe ich echt keine munition mehr jetzt gibt es doch nichts was habe ich hier was ist das strahlen munition die müssen ja strahlen kann und habe ich nicht ist das halber gold wertvoll elektronik kommend im shop verkauf um kreis zu erhalten energie weeper golden ja klasse credits aber brückbar keine munition fuck off nein ich habe echt nichts mehr kannst du ein bisschen munition wegen na energieknoten ja jetzt bin ich aber ganz schön in den arsch gekniffen was mache ich jetzt da ist noch was credits da ist was munition medipick na auch keine munition jetzt ist es wirklich schwierig hier noch was zu machen oh plasmina plasma gott sei dank wenigstens ein paar schüsse ein bisschen was machen kann was ist das zündungssequenz eingeleitet bitte warten irgendwas schreit hier unfreundlich da reicht meine munition aber bei weitem nicht aus um die alle zu töten oh oh jetzt habe ich keine munition mehr schlag doch schlag schlag um dein leben drei stück gleich schlag dich durch schlag ja wenn man keine munition hat dann haut man eben auf die omme hau drauf hau drauf oh 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 fuck das ist echt kein zuckerschlecken 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 echt sparsam mit der munition umgehen scheiße und ich habe keine mehr wie bitter ist das denn was habe ich jetzt eigentlich noch am munition ich habe 50 für meinen flammwerfer 12 schuss und 15 granaten das ist echt nicht viel so jetzt tue ich mal die dinge alle mal nachladen reload du bist voll du bist voll dann braucht man noch einen flammwerfer reloaden mal so